Der kürzeste Witz, meine Damen und Herren, lautete früher, gehen zwei Studenten an einer Kneipe vorbei. Heute lautet der kürzeste Witz, schaut jemand in der Gegend herum. Ehrlich gesagt finde ich es nicht witzig, dass das heute ein Witz sein soll. Vielmehr finde ich es bedauerlich, dass wir alle nur noch so auf einer Bank sitzen, statt einfach mal den Blick schweifen zu lassen. Genau diese kulturpessimistischen Klagen kann mein heutiger Gast nicht mehr hören. Bei mir ist Roberto Simonowski, Professor für Digitale Medien und der Experte, wenn es um die philosophische Auseinandersetzung mit Facebook geht. Er sagt, natürlich ist Facebook Zeitverschwendung, natürlich macht uns das Netzwerk zu gläsernen Bürgern, natürlich sind wir gefangen in Filterblasen. Aber die sozialen Medien sind interessanter als das. Ich bin mal gespannt. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Bleisch. Ja, Herr Simonowski, ich bin genauso eine, wie Sie sie beschreiben. Ich finde es eigentlich eher bedauerlich und befremdlich, wie viel Zeit wir mit unseren Smartphones verbringen, im Sekundentakt WhatsApp-Messages checken und mehr Zeit aufwenden, dafür das Facebook-Profil zu pflegen, als unsere wahren Freundschaften. Wie denken Sie darüber? Mir geht es da wie Ihnen. Ich versuche, eine Balance zu finden. Natürlich muss ich auf den sozialen Medien vertreten sein, wenn ich mich damit beschäftige. Aber wenn Sie mein Facebook-Profil anschauen, das ist nicht sehr gepflegt. Und das mit Gründen, auch aus ideologischen Gründen oder aus machtpolitischen Gründen, weil ich nicht so viele Daten über mich hergeben will, aber auch, weil ich zu viel Zeit brauche, um die realen Kontakte mit meinen Freunden zu pflegen. Aber gleichzeitig sagen Sie am Anfang Ihres neuesten Buches, Facebook-Gesellschaft, sehr deutlich, Sie sind diese Klagen leid. Ja, ich bin sie leid, weil man mit Klagen natürlich niemanden erreicht. Also, man kann sich nur begrenzt über neue Medien und die damit verbundenen Kulturformen beklagen. Erreicht damit aber niemanden Zuhörer, erwirbt man sich damit mit Verständnis oder mit Interesse für diese Dinge. Und ich denke da an meine Mutter, die, als ich 16 war, sich über meine langen Haare, meine ausgewaschenen Jeans und die laute Musik beschwerte und damit überhaupt nicht erreichte, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber ins Gespräch kommen muss man und da muss man auch mal die Jeans selber anziehen oder die laute Musik sich antun. Ja, das wollen wir heute mal tun. Interessant ist jetzt, dass Sie ein Beispiel gebracht haben, was er genau aufzeigt, dass wir oftmals einfach genau das irgendwie als befremdlich bewerten, was wir nicht kennen. Und viele sagen ja auch, naja, heute haben wir die Smartphones vor uns, aber früher haben die Leute in der Tram einfach Zeitung gelesen. Was genau ist eigentlich der Unterschied, wenn wir uns vorstellen, dass sich alle da hinter ihren Zeitungsblättern versteckt haben? Ja, neben dem Medium, das ein anderes ist, ist es die Anzahl und der Inhalt, würde ich sagen. Es waren eben wenigere, die das früher gemacht haben und wahrscheinlich war ein Großteil davon getrieben, von dem Wunsch, sich und die Welt besser zu verstehen, der eben dazu führte, dass man jegliche Minute, die man frei hatte, nutzen wollte. Und das ist heute nicht unbedingt gegeben. Heute würde ich fast sagen, ist das Umgedrehte der Fall, dass diejenigen, die nicht an ihrem Smartphone sind, vielleicht kontemplativ unterwegs sind, nachdenken über etwas, über sich und die Welt. Während diejenigen, die ins Smartphone schauen, sich in dieses Kommunikationskarussell begeben, das sie beschäftigt hält. Aber ist das jetzt nicht ein Vorurteil? Es kann ja auch sein, dass die Leute zum Beispiel auf dem Smartphone Sternstunde gucken. Ich bin mir ganz sicher, dass viele das tun werden. Ich bin mir auch sicher, dass auf vielen Smartphones eher ein Vöretong-Text der NZZ zu finden ist. Und das wäre dann natürlich ein Vorteil gegenüber der Bild-Zeitung, die man in den Händen hält, wie vor einigen Jahren etwa. Ich glaube es aber nicht. Warum nicht? Zum einen, weil ich den Leuten über die Schulter sehe. Und wir stehen ja dicht gedrängt in der U-Bahn in Hongkong. Und dann sehe ich, was dort drauf ist. Und das ist größtenteils sind es Computerspiele oder Filme. Die Sternstunden waren noch nicht dabei. Gut, jetzt Hongkong. Und vor allen Dingen dann Kommunikation. Und gegen Kommunikation, also WhatsApp oder was auch immer man benutzt dafür, WeChat, Kommunikation mit den anderen oder eben man schaut sich an die Updates auf den sozialen Netzwerken, was da mit den Freunden so passiert ist. Und dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie leben in Hongkong. Sie haben eine Professur in Hongkong für digitale Medien. Sie haben kürzlich gerade einen Artikel geschrieben im Feuilleton, in dem Sie auch so ein bisschen beschreiben, den Smombi, den Smartphone-Zombi in Hongkong. Sie schreiben darin, dass jeder Zweite mittlerweile mit dem Smartphone vor den Augen durch die Strassen geht, dass es entsprechende Schilder gibt in Hongkong. Da steht nicht drauf Mind the Gap, Achtung, Stufe, sondern halten Sie sich auch mal fest dazwischen. Schauen Sie, dass Sie nicht ineinander prallen, wenn Sie Ihr Smartphone lesen, währenddem Sie rumgehen. Sind die Unterschiede für Sie jetzt rein im Strassenbild massiv, wenn Sie in Europa sind im Vergleich zu Hongkong? Ich glaube, Europa ist beim Aufholen. Also es gibt jetzt auch hier genug, die mit dem Smartphone in der Hand und Ambient Attention, wie man das so schön nennt, durch die Strassen zu kommen versuchen. Der Unterschied wäre der, dass nirgendwo so viele Menschen auf so engen Fusswegen unterwegs sind wie in Hongkong und man eigentlich dort sich das gar nicht leisten könnte, dabei dann aufs Smartphone zu schauen. Und das trägt dann schon ein bisschen zu einem Ärger bei, weil man dann ja immer selbst gezwungen ist, den anderen aus dem Weg zu gehen. Auf dem Buch Facebook-Gesellschaft, Ihr letztes, nee, vorletztes Buch, Facebook-Gesellschaft, da gibt es eine Suppenschüssel mit einem Handy drauf. Da kann man also Suppe essen und gleichzeitig Smartphone gucken. Genau. Werden wir auch irgendwann in Europa solche Suppenschüsseln haben? Also sobald ein Produkt marktfähig wird, und das wird ja von einer Designerfirma in Taipei, in Taiwan hergestellt, haben sich wohl neue Kulturformen verfestigt. Und dass es diese Anti-Lonely-Ramen-Bowl gibt, wo man das Handy gleich befestigen kann, zeigt, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem selbst in Asien, immerhin die Kultur des Buddhismus, selbst dort nicht mehr das Essen von anderen Formen der Aktivität getrennt wird. Und ich weiß nicht, ob wir den Punkt auch erreichen werden. Es ist eigentlich eher ein Gadget, ein Witzobjekt. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir bald da hinkommen. Ich sehe auch hier in Europa viele Menschen, die während des Essens auch das Handy dabei haben und reinschauen und diese Dinge nicht trennen. Es ist ja auch so, dass man sich dem so unglaublich schlecht entziehen kann. Ich stelle das an mir selber fest. Wenn ich irgendwo an einer Ecke warte, auf die Strassenbahn beispielsweise, ist der Griff in die Tasche zum Handy hin unglaublich schnell vollzogen. Und ich merke jeweils, dass ich die glücklicheren Tage verbringe, wenn ich meinen Eye-Stone einpacke statt mein iPhone. Ein Stück Granit, ein Kunstobjekt des Bildhauers Horst Bonet. Er hat das gemacht. Das ist einfach ein Stück Granit, polierter Granit, ständig geladen, ständig auf stumm gestellt. Für echte Kontakte bleibt noch Möglichkeit genug. Warum macht es mich glücklicher, ohne mein iPhone unterwegs zu sein? Und warum nehme ich es dann trotzdem mit? Ja, weil wir uns dieser Versuchung, immer in die Kommunikation oder in eine Zerstreuung zu entfliehen, nicht entziehen können. Und es ist schon in der Tat paradox und absurd, dass wir dann solche Kunstobjekte brauchen, die uns davon abhalten. Normalerweise kommen diese guten Momente im Leben, wenn die Batterie gestorben ist oder wenn wir keinen Empfang haben. Das sind die Momente, wo wir nicht entfliehen können, wo das technische Gerät uns verlässt und wir wieder auf uns zurückverwiesen sind. Das sind nicht gute Momente. Sie werden nicht als gute Momente erfahren in dem Moment, sondern eher als Belastung und als Druck. Aber in meiner Perspektive sind es die guten Momente, weil man in diesen Momenten noch zu sich selbst kommt. Und was sie, dazu kann ich in einem Beispiel geben, in Asien schafft man sich künstliche Momente, künstliche Momente, in denen die Smartphones uns nicht regieren. In Seoul gab es im letzten Jahr im Mai so eine Art Wettbewerb. In einem Park haben sich 60 Personen getroffen und 90 Minuten lang da gesessen ohne ein Smartphone. Und das war die Kunstaktion? Das war die Kunstaktion. Die durften auch nicht miteinander sprechen. Die mussten einfach da sitzen, 90 Minuten lang nichts tun. Und Sieger war derjenige, dessen Puls am längsten sehr low war, sehr niedrig war. Interessanterweise hat dann ein bekannter 28-jähriger Rapper gewonnen, der gerade eine Platte einspielte und mental und physisch so erschöpft war, dass er wirklich die Zeit dort sehr genannt ist. Einfach weggepennt ist sozusagen. Aber man muss sich das überlegen. Da haben sich 1500 Leute sich beworben um diese 60 Plätze im Park. Jeder kann in einen Park gehen und einfach 90 Minuten in die Gegend schauen. Gut, der Witz war vielleicht auch noch, dass man Teil eines Kunstprojektes sein konnte. Deswegen ist das ja auch attraktiv. Man hat ein Kunstobjekt bei sich und nicht einfach nichts bei sich. Wir sind ja doch irgendwie so taktil unterwegs, dass wir dauernd irgendwie rumfingern müssen. Das kann man damit ja auch. Nun, soziale Medien bergen ein Suchtpotenzial. Das haben Sie jetzt gerade auch gesagt. Nicht nur Facebook, sondern ganz viele verschiedene soziale Medien. Denken wir an Snapchat, an Tumblr, Twitter und so weiter. Punktmässig über Facebook. Es ist nach wie vor das grösste soziale Netzwerk in der Schweiz. In der Schweiz sind 3,9 Millionen Personen aktiv auf Facebook. Tendenz interessanterweise wieder steigend in der Schweiz. Und wir haben Passantinnen und Passanten gefragt, ob sie sich selber für suchtgefährdet halten. Mit Blick auf Facebook. Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Wenn man zu viel drin ist und nicht mehr davon wegkommt und nur noch an Videos schauen ist, nur noch an Sachen posten ist. Es braucht es auch nicht. Es ist einfach eben mehr, ja, so ein bisschen schauen, was die anderen so machen. Ja, es hat so ein gewisses Suchtpotenzial, auf jeden Fall. Auch für mich, ja, auch für mich. Ich sehe natürlich viele Selbstdarsteller, die unterwegs sind. Wahrscheinlich nicht nur auf Facebook. Insofern besteht vielleicht die Gefahr in dieser ganzen Selfie-Atmosphäre, dass man tatsächlich zu viel Wert darauf legt, wie wirklich nach außen. Und ich nutze dann eben Facebook als Plattform, um das darzustellen. Also ich und auch unter vielen meinen Kollegen ist es so, man öffnet die Safari oder so und dann ist der erste Schritt erst mal Facebook. Oder man sitzt am Arbeiten und dann macht man einen neuen Tab auf und bevor man es weiss, ist man schon wieder auf Facebook am Scrollen, ohne dass man es unbedingt eigentlich braucht. Ja, ich glaube, es macht schon richtig, ja. Ja, Herr Simanowski, Sie sind ja selber auf Facebook, sind aber, haben Sie vorhin gesagt, gar nicht so oft aktiv da. Ich bin nicht oft genug, um mit den Updates meiner Facebook-Freunde auf dem Laufenden zu bleiben. Das stimmt. Aber ich bin oft genug da, um zu wissen, wie Facebook funktioniert und um auch dieses Suchtpotenzial, diese Suchtgefahr erfahren zu haben, von der hier gesprochen wurde. Und der ich mich dann gerne selbst proaktiv entziehe, indem ich eben Facebook nicht jeden Tag öffne und auch gar nicht auf dem Smartphone, wo die meisten jetzt auf Facebook gehen, sondern nur auf dem Laptop, um nicht zu viel Zeit mit all den interessanten Dingen zu verbringen, die ich ja dann doch finde. Weil ich natürlich interessante Freunde habe, die dann auch interessante Links zu interessanten Videos oder Artikeln posten und denen ich dann folge. Und bis ich merke, dass schon zwei Stunden vergangen sind und ich doch eigentlich schon längst am Arbeiten sein wollte, dann zwingt mich... Naja, Sie sind Professor für digitale Medien. Zu Ihrer Arbeit gehört es doch vermutlich Facebook zu besuchen. Ja, da haben Sie schon recht. Aber meine preussische Arbeitsdisziplin sagt mir dann auch, dass ich das nicht zu lange machen darf. Und sonst, wenn ich zu lange auf Facebook bin, komme ich nicht dazu, ein Buch über Facebook zu schreiben vielleicht. Und Sie schreiben ja eben Bücher. Und wenn ich Ihr Buch lese, dann merke ich auch, Sie lesen auch sehr viele Bücher. Sie sind eigentlich so ein typischer Intellektueller, Hommes de Lettres, sehr belesen. Halten Sie sich selber für einen Kulturpessimisten? Nein, nein. Dazu bin ich ja zu belesen. Also mit einem gewissen historischen Verständnis weiss man ja, dass es den Kulturpessimismus Zeit der griechischen Antike gibt. Bei Hesiod kommt es vor, die Klage über den Verlust des goldenen Zeitalters. Und die Welt ist trotzdem immer weitergegangen. Es ist, man dachte, Kulturpessimismus sagt ja, dass alles zugrunde geht. Die jetzige und die künftige Entwicklung. Und wir wissen, dass es immer weiter ging. Und selbst aus unserer Generation, und ich weiß, die Generation meiner Eltern und Großeltern hat auch auf uns, auf unsere kulturellen Geflogenheiten mit Skepsis und Pessimismus geschaut. Selbst aus unserer Generation ist ja etwas geworden. Wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Und dann wäre es vermessen zu sagen, die Millennials, aus denen wird nun gar nichts mehr. Weil die nun ganz andere Formen des Miteinander-Umgehens haben, die wir gar nicht mehr verstehen. Also da denke ich, ist Kulturpessimismus nichts, was Intellektuelle als Perspektive anstreben sollten. Es sei denn, sie sind sehr alt und brauchen es als Sterbehilfe. Das ist eine harte These. Da ist ja auch ein bisschen immer in Kulturpessimismus ... Es werden es einfacher loszulassen, sozusagen. Es ist gut, dass man sowieso nicht mehr erleben muss, nach dem Motto, es geht alles den Bach hinunter. Nein, das ist Unsinn. Ich würde mich eher als Kulturkritiker bezeichnen und vielleicht auch als Romantiker. Denn es gibt bestimmte kulturelle Formen des Kommunizierens oder des Miteinander-Umgehens, die ich mag und an denen ich gerne festhalten würde. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass man das Smartphone eben nicht in die Suppenschüssel eingibt. Oder auch nicht einmal mitbringt in die Kneipe. Ich habe nur ein Eis. Wenn man sich mit Freunden trifft, wo dann die Smartphones auf dem Tisch ja so wie Pistolen, wie Waffen liegen, mit denen man das Gegenüber jederzeit bei jedem Anruf, der kommt, ins Kommunikative ausschießen kann. Das wäre für mich eine Sache. Eine andere Sache wäre vielleicht auch, dass man den Tag nicht damit beendet, auf Smartphones zu schauen, sondern auf die Freundin, dem Partner. Das ist ein schönes Bild für Romantik, gebe ich zu. Ein Weg, mit Kulturpessimismus umzugehen und vielleicht eben zum Kulturkritiker zu werden oder zum Kulturbeobachter, ist auf jeden Fall nicht sofort zu bewerten, sondern eben erst einmal zu beobachten. Ich selber war nicht auf Facebook bis vor ganz kurzem. Vor wenigen Tagen habe ich ein Profil erstellt, weil ich mir auch gesagt habe, man kann nicht dauernd nur kritisch darauf blicken, man muss auch mal mitmachen. Ich war bis anhin nur auf Twitter. Jetzt möchte ich da einsteigen, um mir das auch genauer anzusehen. Und ich möchte dieses Gespräch mit Ihnen auch nutzen, um besser zu verstehen, worum geht es denn eigentlich? Also bevor wir bewerten, mal uns die Sache genauer anzuschauen. Etwas, was ja auffällt und was oft eben mit Kritik auch verbunden wird, ist dieses dauernde Posten. Also Leute posten Selfies, sie posten Urlaubsbilder, sie posten das, was sie essen. Sie sagen, das hat gar nicht so viel zu tun mit Narzissmus, wie wir meinen, sondern ist eigentlich was anderes. Was steckt denn dahinter? Ja, auf den ersten Blick ist es natürlich, diese ganze Selbstdarstellung sieht natürlich sehr nach Narzissmus aus und nach Eitelkeit. Auf den zweiten Blick, für den ich in diesem Buch werbe, kann man darin aber auch einen Ausdruck des Leidens und sogar der Solidarität erkennen. Und das mag jetzt nicht gleich verständlich sein, deswegen brauche ich im Buch auch einige Seiten, einige Unterkapitel, um das argumentativ zu untermauern. Vielleicht hier nur zwei, da hinweist auf zwei Personen im 20. Jahrhundert, die dieses Problem bereits behandelten. Denn es geht darum, wie man mit dem, was man erlebt, umgeht. Und dann gibt es einen schönen, kurzen Essay von Walter Benjamin aus den 30er Jahren, Erfahrung und Armut, wo er die innerliche Verarmung des modernen Menschen beschreibt, der eben nicht mehr die Dinge erfährt, sondern nur noch erlebt, also ohne Verinnerlichung dessen, was er erlebt, auf einer oberflächlichen Weise. Und er zielt dann natürlich auch auf die Touristen, die, wie wir es heute auch kennen, den Dingen sehr oberflächlich begegnen. Und interessant ist, dass Benjamin dann sagt, dass das Andenken, das man also damals schon mitbringen konnte, bevor es Museumsshops gab, wie es sie heute überall gibt, dass das Andenken einer Art ist, einigermassen anständig aus dieser Situation herauszukommen. Lassen Sie mich ganz kurz ein Beispiel vielleicht mit Ihnen erläutern. Nehmen wir mal an, ich fahre nach Paris, ich sehe den Eiffelturm. Was heisst jetzt den Eiffelturm erfahren und was heisst es, den Eiffelturm zu erleben? Und was mache ich, wenn ich ein Souvenir kaufe, gemäss Walter Benjamin? Also, lassen Sie mich noch in die andere Position mit einbringen, denn das wäre die Antwort darauf. Das ist Agamben, der in einem anderen Essay... Giorgio Agamben, erwähnt sich. Giorgio Agamben, der italienische Philosoph, Kindheit und Geschichte, 1978. Da sagt er, dass die meisten, und das zielt auf Touristen, genau auf Touristen, etwa vor dem Eiffelturm, dass die meisten im Angesichts der Wunder der Welt es vorziehen, die Kamera erleben zu lassen. Das heisst, man macht ein Foto und geht dann weiter. Oder man kauft sich vielleicht noch den Eiffelturm, hat ihn dann zu Hause stehen, aber man ist vielleicht nicht hochgegangen, man hat gar nicht viel Zeit verbracht auf dem Eiffelturm, mit dem Eiffelturm. Man hat ihn nicht als Objekt wirklich erfahren, man hat den Raum gar nicht erfahren. Also den Eiffelturm erleben heisst, hochzukraxeln, den Schwindel zu erleben, anzustehen, ein Ticket zu kaufen, dieses ganze Setting sozusagen, sich da rein zu begeben. Ich müsste länger darüber nachdenken, was das jetzt für den Eiffelturm direkt heisst. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in Paris woanders hingehen, ins Louvre, und dann vor der Mona Lisa stehen, dann gehört dazu, wenn es überhaupt noch möglich ist, vor der Mona Lisa ein bisschen länger zu stehen und die sich dem Blick auszusetzen, der auf so viele Zuschauer geblickt hat. Benjamin nennt das die Aura, dass man vor dem Objekt noch steht. Das machen die meisten aber nicht. Die nehmen sich ein Foto, völlig sinnlos, weil es diese Fotos ja am Mars gibt und viel besser, und gehen dann wieder davon. Also das ist kein Erleben, das ist keine wirkliche Verbundenheit mit dem Kunstobjekt in diesem Moment. Man muss da schon länger davor stehen. Was man bei der Mona Lisa aber ohnehin nicht tun kann, weil der Raum gefüllt ist mit Fotografierenden. Aber das ist das, was Agamben meint. Und seine Aussage, dass man dann faktisch das Erleben delegiert an die Kamera, hat zwei Implikationen. Zum einen, dass man dann eben das Fotografierte nicht erlebt. Und zum anderen, dass dieses Erleben auch später nicht passiert, wenn man das Foto anschauen könnte. Das mag so stimmen. Für Agambenzeit, auf jeden Fall ist es radikaler jetzt der Fall, wenn man nicht mehr durch digitale Technik auf wenige Fotos angewiesen ist, also sich nicht einmal mehr fragen muss, welches wäre denn das jetzt das richtige Foto in diesem Moment. Und das ist ja schon eine Auseinandersetzung mit dem Objekt. Das müssen Sie heute gar nicht mehr machen. Sie sehen Leute, die in einem Raum zehn Fotos machen, in einem Museumsraum oder in einer Kathedrale. Man macht eine Serie gleich. Und früher mit der Kamera musste man sozusagen die Einstellung suchen, das Licht und so weiter. Und vor allen Dingen sind Sie dann hin und her gegangen und haben geschaut, was ist denn jetzt repräsentativ für diesen Ort. Denn Sie konnten, das war ja auch eine ökonomische Frage, und es gab ja auch nur 24 oder 36 Bilder auf dem Film. Sie konnten gar nicht so viel fotografieren. Diese Sachen, diese Beschränkungen gibt es mit der digitalen Technologie nicht mehr. Sie können also sofort sehr viele Fotos machen und Sie können auch sofort diese Fotos dann teilen. Und das ist der andere Punkt. Es gab früher sicherlich dann noch den Dierabend, an dem man das fotografierte Anderen geschildert hat und sicherlich auch gewissermassen nachträglich in eine narrative Ordnung gebracht hat. Hier, ich habe ein altes Album mitgebracht, aus meiner eigenen Kindheit, von meinem Vater schön sortiert. So sahen die Alben ja früher aus. Man hat die da eingeklebt und da entsteht dann sozusagen eine Geschichte, eine Biografie, Band 1 meines Lebens. Da gibt es noch ein paar Bände mehr mittlerweile. Das hat man heute nicht mehr. Sehen Sie, das kommt dazu. Sie haben das Foto, Sie haben sich gefragt, welches Foto ist jetzt wichtig? Und dann haben Sie die Fotos eingeklebt, haben sich einen Text ausgedacht dazu. Und in diesem Moment erfährt man dann doch wieder das, was man vielleicht hinter der Kamera nicht so wahrgenommen hat, wie Agamben sagt. Aber heute sind Sie ja schon an dem Ort, an dem Sie das Foto herstellen. Abgekoppelt von dem Ort. Denn Sie haben es ja sofort auf Facebook oder Instagram gesetzt oder über Snapchat geteilt und warten jetzt auf die Reaktionen Ihrer Freunde aus dem sozialen Netzwerk. Und das sind die Leute, die Sie dann im Museum in einer Ecke sitzen sehen, an Ihrem Handy, die sozusagen darüber das berichten, was Sie gerade erleben bzw. eben nicht wirklich erleben. Genau. Und Ihre These ist, das Erleben wird sozusagen dünner. Und Sie sagen aber auch, dahinter verbirgt sich so etwas wie eine Gegenwartsflucht. Wovor fliehen wir denn da? Naja, es ist die Ohnmacht vor diesen Wundern der Welt. Dass wir eigentlich nicht wissen, was wir mit ihnen tun sollen. Das wäre eigentlich der Anforderung, die von einem Kunstwerk im besten Fall ausgehen. Und in einem Extremfall heißt das immer, Sie wissen, Rilkes Gedicht über das Kunstobjekt, archaischer Torso Apollo, da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Das sind natürlich extreme Aussagen von Künstlern. Aber ein bisschen ist das immer, also der Volksspruch dafür wäre, Venedig sehen und sterben. Danach gibt es nichts mehr. Aber nein, wir sind in Venedig und wir sterben natürlich nicht. Eher überlegen wir, was wir zu Abend essen werden. Und diese Banalisierung dessen, was wir erleben, oder diese Unfähigkeit, dieser Wucht der Wunder der Welt, wie Agamben sagt, innerlich zu entsprechen, das ist das, was uns in diesem Fall, in diesem Moment, ein gewisses Gefühl des Verlorenseins vermittelt. Und da kommt jetzt die Solidarität mit hinein. Wir teilen das dann mit unseren Freunden auf den sozialen Netzwerken, die uns eine Bestätigung durch ihre Likes für das geben, was wir gerade erfahren. Obwohl wir gar nichts so richtig erfahren. Wir wissen gar nicht, was wir nun fühlen sollen vor der Mona Lisa. Aber Sie kriegen dann viele Likes dafür, dass auch Sie die Mona Lisa gesehen haben, fotografiert haben, das bewiesen haben jetzt. Und das ist faktisch das Solidarische an dieser Selbstdarstellung. Und deswegen ist es nicht nur Eitelkeit, sondern es ist auch ein Umgehen mit dem Leiden, das wir in diesen Momenten erfahren. Und wir fliehen dann faktisch in das Gruppenkuscheln der Likes auf den sozialen Netzwerken. Gruppenkuscheln. Lassen Sie mich kurz noch versuchen, die Sache zu wenden. Man könnte doch auch sagen, so à la geteilte Freude ist doppelte Freude. Wir teilen die Bilder und der Moment steigert sich. Es ist nicht diese Unfähigkeit, nicht zu erleben, sondern im Gegenteil. Das Erlebnis wird noch grösser, dadurch, dass ich sagen kann, ey Leute, guckt mal, wie irre dieser Sonnenuntergang hier gerade ist. Ja, das ist möglich. Aber man muss sich ja immer fragen, in welchem Kontext werden diese Dinge dann wahrgenommen. Also zum einen kann es sein, dass der Sonnenuntergang auch schon Ausdruck einer Hilflosigkeit ist. Dass man sieht den Sonnenuntergang oder einen Regenbogen und statt ihn zu genießen, statt in Ehrfurcht dazustehen, nimmt man ihn auf und geht weiter. Dann hat man dieses Bild. So, wie wird das Bild jetzt angeschaut? Das Bild wird ja dann irgendwann in der U-Bahn oder im Fahrstuhl zwischen zwei Stationen, zieht man mal kurz das Smartphone raus und schaut sich die Updates der Freunde an. Und da gibt es dann 10, 50 Bilder, die man in diesem Moment anschaut. Und da gibt man schnell ein Like oder nicht und geht weiter. Also das ist im seltensten Fall, nehme ich an, verursacht ein solches Bild dann wirklich ein solches Teilen, auch der Stimmung, die vielleicht nicht einmal ursprünglich erfahren wurde, wie Sie das vermuten. Ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass Sie sagen, diese Gegenwartsflucht, die treten wir auch deswegen an, weil wir metaphysisch obdachlos sind. Was genau meinen Sie damit? Das ist, naja, da wird es dann natürlich geschichtsphilosophisch. Das ist ein, da beziehe ich mich auf Krakauer. Siegfried Krakauer? Auf Siegfried Krakauer. Filmtheoretiker? Filmtheoretiker, Zeitgenosse von Benjamin, Freund von Adorno und ja, gehört auch so ein bisschen mit zum Vorfeld der kritischen Theorie und der Medientheorie. Und er sagt es in einem Kapitel in den Angestellten, das 1930 erschienen ist, dass das moderne Subjekt sich heimatlos fühlt, obdachlos im metaphysischen Sinne. Es weiß nicht mehr, wofür es lebt und wohin es unterwegs ist. Er nimmt ausdrücklich die organisierten Arbeiter aus davon, denn die haben ja einen Klassenkampfauftrag. Die sind eine Gemeinschaft. Die haben ja sozusagen eine Philosophie, der sie folgen und vor der im Hintergrund ihr individuelles Leben dann auch eine Bedeutung hat und eine Wucht gewinnt. Aber die anderen, die das nicht haben und die sich auch befreit haben von anderen großen Erzählungen, also befreit haben aus der christlichen Erzählung etwa, dass man darauf hinlebt, auf ein Jenseits oder dergleichen. Die haben diese Heimat nicht mehr und für die sorgt dann die Zerstreuungskultur oder was Adorno dann später die Kulturindustrie nennt und was Krakau schon sehr schön beschreibt, also die Lichtspielhäuser, die Restaurants und so weiter. Interessanterweise sagt er dann auch, dass die Lichtspielhäuser oder die Häuser des Lichts, auch die Restaurants, das sind die Orte der Dunkelheit. Und das spielt dann natürlich mit der Lichtmetapher der Aufklärung, weil an diesen Orten eben gerade nicht das Nachdenken über sich und die Welt passiert, sondern Ablenkung, Zerstreuung. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was der Ausgangspunkt der Frage war, aber... Ich frage Sie nach der metaphysischen Obdachlosigkeit, weil Sie sagen, mit Verweis auf Krakauer, dass wir heute eben so eine metaphysische Obdachlosigkeit gesteigert sogar empfinden, weil die Sinnangebote irgendwie nicht mehr da sind. Und das hat was zu tun mit Facebook, sagen Sie. Inzwischen gibt es nach Krakauer sogar offizielle Erklärungen zum Ende der Geschichte. Fukuyama 1989 erklärt die liberale Marktwirtschaft als den Sieger der Geschichte. Er hat sich gigantisch geirrt, aber das diskutieren wir heute jetzt nicht. Das wäre eine längere Debatte, ob er sich gigantisch geirrt hat. Aber es ist... Der Punkt war, dass wir nicht mehr unterwegs sind zu... Das ist die Utopie einer befreiten, ausbeutungslosen Gesellschaft, wie sie der Marxismus theoretisch anbot und unternahm und wie sie dann im real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion und den Ostblockstaaten unternommen wurde, dass diese Utopie versagt hatte oder disqualifiziert war. Und ein anderes Problem ist Lyotards Erklärung zum Ende der großen Erzählungen, also auch die Sprachkritik der Postmoderne, die hier mit hineinführt. Das alles lässt uns sehr relativ in unserem Leben sein und macht es schwer, die Gegenwart noch als etwas zu verstehen, dass der Vergangenheit eine bessere Zukunft schuldig ist. Und ohne das sind wir aber verloren, geschichtsphilosophisch gesehen, in unseren Augenblicken. Und so leben wir auch, von Augenblick zu Augenblick. Das ist die metaphysische Obdachlosigkeit, die sich da noch gestärkt hat. Und das wird von vielen Soziologen ja auch so beschrieben. Der kürzlich verstorbene Sigmund Baumann, der hat das Liquid Modernity genannt, und hat gesagt, dass die Symbolik der modernen Identität oder der Identität des modernen Menschen vom Pilger sich gewandelt hat zum Touristen. Wir sind nicht mehr unterwegs zu irgendetwas hin, sondern wir sind wie Touristen. Mal da, mal da, mal da. Aber es fügt sich nicht zusammen zu einer Geschichte. Es sind Episoden, die für sich bleiben. Und das ist das Problem, wo dann Facebook und andere soziale Netzwerke, die uns eben erlauben, in diesen Momenten, die sich nicht zu irgendetwas zusammenfügen, dann aber doch eine Art Bestätigung durch die soziale Kommunikation mit anderen zu bekommen. Und die wirkt eben stärker als die von Agamben beschriebene Delegierung des Erlebens an eine Maschine, an die Kamera. Das ist das, wo diese sozialen Netzwerke uns dann helfen, mit der Gegenwart zurechtzukommen. Da fällt mir Hans-Ulrich Gumbrecht ein, den Sie ja auch zitieren in Ihrem Buch, den Literaturwissenschaftler, der in Stanford lehrt, war kürzlich auch in den Sternstunden zu Gast, als es um die Wahl von Donald Trump ging. Und Hans-Ulrich Gumbrecht spricht ja von der Präsenzkultur. Und er sagt, wir leben heute einfach in einer Zeit, in der die Präsenzkultur gross geworden ist und die Sinnkultur ablöst. Man könnte auch sagen, wir haben jetzt nicht mehr Weltverständnis, sondern wir haben Weltumarmung. Oder mir ist eingefallen, man könnte es auch so wenden, dass man sagt, der sozusagen Wahlspruch der Aufklärung, vage zu wissen, sapereaude, heisst heute einfach, vage zu umarmen. Das muss ja per se mal noch nicht schlecht sein. Das ist eine andere Form, sich auf die Welt zu beziehen. Nicht verstehend, sondern umarmend, floating. Ja, ja, ja. Ja, ja, es ist auch eine Sache. Also diese Gedanke der Weltumarmung, den finden Sie ja auch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Bei Rilke ganz stark. Das ist ja auch eine Reaktion auf die Moderne, schon in deren Anfang. Und man könnte bis zur Romantik zurückgehen. Also, dass man diese Momente stark empfindet und fühlt. Und da kann man auch nichts, wenn man es so versteht, da kann man auch nichts gegen Gumbrechts Vorschlag von einer Sinnkultur, seiner Präsenzkultur überzugehen, sagen. Problematisch wird es, wenn man das theoretisch aufbaut, als ein neues Verständnismodell für die Gesellschaft. Also, wenn man dafür wirbt, die Frage nach dem Sinn eben nicht mehr zu stellen. Warum? Warum wird das problematisch? Weil wir in dieser Frage nach dem, was etwas bedeutet und nicht nur was ist, die Welt erst wirklich verstehen. Und auch die Möglichkeit haben, sie zu verändern dann. Und das ist genau der Punkt, den Gumbrecht anspricht hat er diesen Gedanken seit den 80er Jahren entwickelt, in seinem Buch zur Materialität der Kommunikation. Aber dann, 2004 war es, glaube ich, in seinem Buch Präsenzkultur, das auch sehr persönlich zum Teil ist, beschreibt er sein Ungenügen mit der Forderung, immer sich selbst zu verbessern und die Welt zu verbessern. Diese Forderung, die aus den 60er Jahren, aus der kritischen Theorie stammt, die davon ausgeht, dass die Geschichte noch gar nicht begonnen hat, weil der Mensch noch gar nicht auf dem Weg zur Selbstbefreiung und Emanzipation ist. Und er sagt, das bringt es dort in den Zusammenhang, dass man genau das, deswegen will man die Welt immer verstehen, weil man sie dann verändern will. Und das will er aber nicht mehr. Diesem Zwang, diesem Imperativ will er sich entziehen. Und das wollen übrigens viele andere auch. Und das kann man auch verstehen, gerade vor dem Hintergrund eben des Endes der großen Erzählungen. Und der Problematik, dass Sozialutopien nicht mehr funktionieren wie früher und dass sie nicht mehr glaubhaft sind und man auch weiß, wie viel Unheil die Realisierung solcher Utopien dann in der Geschichte gebracht hat. Da ist dann die Umarmung dessen, was ist, vielleicht die bessere Alternative. Aber das, was wir sehen in den sozialen Netzwerken, ist etwas anderes. Das ist keine intensive Umarmung dessen, was ist, sondern eben eine Flucht davon. Warum? Ein Beispiel vielleicht, um die Medien noch mal einzubringen. Wenn Sie das, was Sie erleben, einfach beschreiben, nicht werten, vielleicht auch gar nicht nach dem Sinn fragen, sondern einfach beschreiben, was Ihnen passiert, dann geschieht das eine Intensivierung des Erlebten. Und Sie verbinden sich mit dem, was ist, weil es durch Ihren Kopf muss. Ja, wenn Sie es beschreiben. Also so etwas wie, ich bin in der Tram, es ist kalt, dann poste ich das, dann poste ich als nächstes, was ich esse, danach poste ich irgendwas aus der Sitzung. Naja, aber der Unterschied ist der, wenn Sie es posten, was Sie essen, dann ist der Unterschied eben, welches Medium Sie benutzen, ob die Schrift oder die Fotografie. Wenn Sie es fotografieren, dann müssen Sie eben ... Nur abbilden. Nur abbilden. Das ist ja eine mechanische Reproduktion dessen, was da ist. Und das garantiert noch nicht ein tieferes Verständnis dessen, was Sie erleben. Sie plädieren für die Sprache. Die sprachliche Umsetzung schafft Distanz und Verständnis. Ja. Ich sage nicht, dass wir keine Fotos machen sollen. Also es wären vielleicht auch andere, alternative, witzigere Formen denkbar. Also dass Sie zum Beispiel, ich beschreibe das in dem neuen Buch, dass wir einen Tag haben, an dem wir keine Fotos posten können. No-Foto-Day, sagen Sie genau. Genau, an dem wir kein Foto posten können auf unserer Facebook-Seite. So wie es ja einen No-Internet-Day gibt und No-Consumption-Day. Damit wir einfach mal das unterbrechen, so wie die Unterbrechung geschieht, wenn die Batterie versagt und wir plötzlich wieder für eine halbe Stunde unabgelenkt sind mit uns. Und vielleicht wäre das ganz sinnvoll, einen solchen No-Foto-Tag einzuführen, an dem wir dann das, was wir erlebt haben, beschreiben müssen. Es gibt es übrigens auch als Kunstprojekt. This is the picture I did not take. Wo jemand dann, und dann damit anfing, das, was er nicht fotografieren konnte, weil er in Äthiopien war und dort nicht so die Kamera auf die Menschen halten konnte, dann hat er das beschrieben. Und das wurde dann zu einem Projekt, ein Web-Blog, an dem auch viele andere teilgenommen haben. Und einfach, um einfach Dinge zu beschreiben, die sie erfahren haben, oder vielleicht auch nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass man etwas beschreibt und es damit einem bewusst wird. Und das ist nicht gegeben, wenn sie ein Foto machen. Ich bin der Meinung, dass viele, die viele Fotos posten per Tag, am Abend gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt gepostet haben. Darf ich Sie so zuspitzen, dass ich sagen würde, wir sehen mehr, wenn wir kein Bild machen? Und da würden Sie auch eigentlich wieder an Krakauer anschließen, der das in einem anderen Text über die Fotografie, ein Essay von 1927, beschreibt, dass die Fotografie eigentlich ein Anti-Erkenntnismittel ist. Weil es uns eben nicht zwingt, die Dinge, die wichtig sind, zu beschreiben. Und es ist ja so, dass beim Schreiben oder auch bei der Malerei, das, was Bedeutung hat, wird zur Raumerscheinung. Das schlägt sich dann nieder im Bild oder im Text. Bei der Fotografie ist es anders. Alles, was da ist, also die Raumerscheinung selbst, hat Bedeutung, dadurch, dass sie existiert. Das heisst, die Objekte präsentieren sich faktisch an uns, am Subjekt, vorbei. Und das ist auch so, der Fotograf, die Fotografin, weiss nicht um all die Details, die am Ende auf dem Bild sind. Das sieht man nicht alles. Aber es gibt kein einziges Detail in einem Bild, in einem gemalten Bild oder in einem Text, der am Subjekt vorbei dort hineingelangen könnte. Jetzt wollten wir eigentlich primär beschreiben, wir sind schon ins Kritisieren abgerutscht. Aber vielleicht nehmen wir einen Aspekt auf, der auch wieder beschreibende Natur ist, nämlich die Frage, was diese Facebook-Community eigentlich sein soll. Es ist ja so, dass eben der Herr Gumbrecht betont, dass wir in dieser Präsenzkultur zur Weltumarmung gelangen könnten. Und in dieser Weltumarmung, kann man sich auch vorstellen, hat dann eben diese ganze Facebook-Community Platz, die ja ständig wächst. Und was genau damit gemeint ist, dazu möchte ich gerne ganz kurz Mark Zuckerberg zu Wort kommen lassen, den Gründer von Facebook. Ganz kurz, ein kleiner, sozusagen fast schon Witz von ihm. Zwei Milliarden Menschen zu verbinden, ist eine grossartige Sache in einer Community. Sieben Milliarden wären noch besser. Es sind noch nicht ganz zwei Milliarden, aber sieben Milliarden hätte er gerne. Ist es wirklich eine Gemeinschaft, was da zusammenkommt auf Facebook? Ich folge diesem Gedanken ein bisschen in meinem Buch. Und zwar ausgehend von der Gemeinschaftstheorie des französischen Philosophen Nanksi, der in seinem Buch Singular Plura sein und auch in anderen Schriften die Idee einer Gemeinschaft, einer grundlosen Gemeinschaft entwickelt. Also eine Gemeinschaft, die keine gemeinsame Substanz hat. Die eigentlich gar nichts teilen. Die nichts teilt. Also nicht die gleiche Sprache, die gleichen Werte oder Religion oder Land. Er definiert Gemeinschaft, also nicht über Community, nicht über Kommunion, wo man sich zu etwas bekennt, sondern über Kommunikation und über das Kum, das mit dem Anderen Sein. Und das ist die Gemeinsamkeit, die man teilt. Also dieses grundlose Miteinandersein, das stiftet eine Gemeinschaft, für die es kein Außen mehr gibt. Aufgrund eben etwa nicht geteilter Werte. In der Konsequenz führt das dann allerdings auch dazu, das Geschwätz, die Banalitäten, mit einzubeziehen. Denn auch sie sind Ausdruck eines Mitteilen, des Willens, sich mitzuteilen und des Mitseins, des Mit-den-Anderen-Sein-Wollens. Und er rechtfertigt auch wirklich expressis verbis das Geschwätz in seiner Theorie. Er spricht nicht über Facebook. Der Text ist vorher entstanden und auch in seinen späteren Texten ist er nicht auf Facebook zurückgekommen. Ich unternehme diesen Versuch, das zu verbinden und spiele den Gedanken ein bisschen weiter und frage die Frage, ob Facebook die Praxis zu dieser Theorie sein könnte. Und das Ergebnis ließe sich vielleicht in dem paradoxen Satz zusammenfassen, dass Facebook nur die Lösung ist, wenn nur Facebook die Lösung ist. Das heisst, wenn wir uns nur auf Facebook bewegen würden, dann wäre diese Banalisierung, dieses Miteinander, dieses Dauerquasseln oder diese fatische Kommunikation, die Kommunikation um der Kommunikation willen, um es nicht so priorativ zu sagen, dann wäre das vielleicht die Lösung. Aber wir leben ja nicht nur auf Facebook. Wir leben ja in realen Kontexten und wir erleben in realen Kontexten Interessenskonflikte. Wir erleben ökonomische und machtspezifische Art und wir erleben unterschiedliche Perspektiven, Wertvorstellungen und so weiter, die dann aufeinandertreffen und mit denen wir dann doch umgehen müssen. Und darauf bereitet aber Facebook gerade nicht vor, weil sie auf Facebook und im Internet generell eben nicht diese, diese Ironie und dieses den anderen gelten lassen entwickeln, sondern eben die Wertegemeinschaft der Filterblase etwa haben. Ein Stichwort, das jetzt nach der Wahl von Trump ja sehr in den Medien war. Und Facebook und andere soziale Medien erlauben das eben, dass sie dann... Also die Schwierigkeit, dass wir gar nicht konfrontiert werden mit der realen anderen Meinung, sondern uns sowieso immer nur in der Filterblase, also in dem, was uns zugespielt wird von Algorithmen, was uns bestätigt in der Meinung, die wir ohnehin schon hatten, dass wir uns nur damit auseinandersetzen. Bleiben wir doch gerade bei dieser Kritik, auf die wollte ich nämlich auch mit ihm zu sprechen kommen. Tatsächlich ist Facebook ja jetzt aktuell sehr in die Kritik geraten, nach der Wahl von Donald Trump, auch schon nach dem Brexit ein Stückweise. Unter dem Stichwort Fake News hat man diskutiert, dass eben Facebook dafür verantwortlich gewesen sei, dass ganz viele Falschmeldungen, die aber in seriösem Outfit sozusagen daherkommen, im Netz kursiert sind und die Leute beeinflusst haben. Für wie gross halten Sie das Problem der Fake News? Ich halte das für ein sehr ernstes Problem. Mark Zuckerbergs erste Reaktion war, dass das eine crazy Idea ist, dass die Fake News irgendetwas bewirkt hätten, irgendeinen negativen Einfluss haben könnten, da es sich nur um ein Prozent aller News auf Facebook handelt. Wenn Sie aber all die Selfies vor dem Eifelturm und all die Katzenfotos und Babyfotos abziehen, die Sie auf Facebook finden, und nur die politischen Meldungen nehmen, dann wachsen diese ein Prozent sehr schnell zu viel mehr Prozent. Es gab eine Untersuchung für politisch orientierte Facebook-Seiten. Da hat man festgestellt, dass 19 Prozent, glaube ich, waren es bei den linksgerichteten Seiten, die 19 Prozent der Meldungen waren fix und das Doppelte ungefähr bei den rechtsgerichteten Seiten. Und das ist eine grosse Menge, wenn Sie bedenken, dass sich ein Grossteil der Bevölkerung, 40 Prozent etwa, sagt man, seine politische Orientierung oder seine politischen Informationen auf Facebook holt. Es ist inzwischen die grösste Zeitung der Welt. Aber das würde im Grunde genommen ja heissen, dass dieses Versprechen von früher, Facebook oder überhaupt das Internet, könnte die Welt auch zu einer demokratischeren Welt machen, ist vollkommen in die Irre gelaufen. Ja, also man muss es jetzt nicht ganz, man darf natürlich nicht übersehen, dass es Möglichkeiten einer demokratischen Verständigung gibt durch das Internet, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel? Ja, Sie können sich jederzeit als Einzelner mit anderen Einzelnen, die Betroffene sind, in der gleichen Frage wie Sie, organisieren über ein soziales Netzwerk und dann natürlich auch Ihr Problem besprechen. Also beispielsweise, nehmen wir mal an, ich wäre lesbisch, ich möchte gerne eine Regenbogenfamilie gründen, dann kann ich mich organisieren, aber ich hinterlasse meine Spuren, bin eine gläserne Bürgerin, die Krankenkasse weiss dann schon mal, was mit mir los ist und so weiter. Damit haben Sie sich von den einen negativen Aspekt gebracht, dass man auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken insgesamt im Internet natürlich dann gläsern wird, dadurch, dass man dort auftritt. Aber die Organisationsmöglichkeiten gibt es natürlich, die Sie vorher nicht hatten, wo Sie dann vielleicht mit Ihrer Orientierung allein in einem konservativen Dorf waren, und überhaupt keine Bestätigung durch andere, denen es ähnlich ging, wie Ihnen, hatten und dadurch eben auch nicht selbst sich emanzipieren konnten zu dem, was Sie fühlten, was Sie sein sollten. Das haben Sie jetzt natürlich, weil Sie die Gleichgesinnten finden. Aber dieser Aspekt, dass Sie immer Gleichgesinnte finden, der ist eben auch das Problem, das dann dazu führt, dass ich mich einkapseln kann in Filterbubblen. Aber noch mal zurück auf die Frage, wie demokratiefähig das Internet ist, die, man hat das sehr hoch gelobt, weil das Internet das Ende der Gatekeeper ist, der Diskurs Polizei, wie es der französische Philosoph Michel Foucault einmal beschrieb, oder der Meinungselite, die eben bestimmt, wer Zugang zur Öffentlichkeit hat, zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio oder in den Zeitungen. Jetzt hat jeder Zugang und jeder kann gehört werden und das ist in der Tat ein Vorteil. Der Nachteil dabei ist allerdings, und das ist eigentlich eine dialektische Bewegung, der Nachteil ist dann, dass man aber auch nicht mehr, dass es auch eine Entthronung der Experten bedeutet. Und nicht alle Gatekeeper, nicht alle Meinungs-, nicht alle Experten sind gleich mit Meinungselite zu setzen. oder, ja. Das sind einfach Leute, die über etwas besser Bescheid wissen aufgrund ihres Hintergrundes und der langjährigen Beschäftigung damit und deswegen auch gehört werden sollten und eben auch für Qualität sorgen, wenn es zum Beispiel um den Journalismus geht. Wenn sie die entwaffnen oder entthronen und nun jeder etwas sagen kann, dann ist das eine Demokratisierung, prinzipiell erst einmal, die aber auch dazu führt, dass es keine Qualitätskontrolle mehr gibt für das, was kursiert. Und das ist ein Problem, das jetzt deutlicher zu sehen ist als in den 90er Jahren, wo man das durchaus schon diskutiert hat. Aber die Euphorie über die Demokratisierung der Kommunikation war damals so groß, dass diese Stimmen sich damals kaum Gehör verschaffen konnten. Das hat sich mit der kritischen Wende in der Theoriebildung zu den neuen Medien dann Anfang des 21. Jahrhunderts geändert. Und jetzt mit der Wahl ist es auch als Thema, als Bedrohung der Gesellschaft angekommen. Aber es ist ja auch bedrohlich. Also mich persönlich macht das betroffen. Es gab einen grossen Artikel im Tagesanzeiger das Magazin. Da wurde berichtet über Cambridge Analytica, diese Firma, von der man sagt, dass sie eben ganz massgeblich beteiligt gewesen sei jetzt am Sieg von Trump. Das Magazin hat gewisse Dinge dann im Nachhinein relativiert, was in diesem Artikel steht. Aber grundsätzlich kann man sagen, man hat herausgefunden, dass es eben Firmen gibt, die sehr treffgenau aufgrund der Likes, aufgrund dessen, was wir teilen im Internet, aufgrund unserer Posts, voraussagen kann, was wir für ein Persönlichkeitsprofil haben und uns dann sehr massgeschneiderte News eben zuspielt, zum Teil auch Fake News. Was ist denn persönlich zu tun? Wie kann ich mich davor schützen oder wie soll ich mich informieren, wenn ich das Internet nutze? Also es gibt, es gab im Nachgang dieser Meldungen dann so eine Art Erste-Hilfe-Ratschläge, was man unternehmen kann und Hinweise darauf, wie man Fake News oder falsche Seiten erkennen kann. Zum einen daran, dass sie immer Großbuchstaben benutzen oder dass die URL, die Webadresse, falsch ist. Also nicht srf.ch, sondern vielleicht srf-online.ch. Denn srf.ch, das gehört ja dem srf.ch, da kann man ja nichts machen. Aber strich online dieser URL, dieser Domainname ist noch nicht vergeben und damit kann man natürlich dann auch das Publikum täuschen. Ein anderer Vorschlag ist, dass man die, dass man schaut, ob bestimmte Aussagen, bestimmte Meldungen auch von anderen Medien aufgegriffen wurden und gemeldet wurden. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Lüge. Oder dass man die umgekehrte Google-Suche macht, also das Bild, das man dort findet, in Google eingibt und guckt, ob das auch woanders auftaucht. Und wenn nicht, dann handelt es sich vielleicht um eine Fälschung. Das sind erste Hilfemaßnahmen, die uns davor schützen können, jetzt Falschmeldungen und Verführern auf den Leim zu gehen. Ich denke, insgesamt muss es aber tiefer ansetzen. Also wir müssen, wir brauchen eine Medien, eine Medienbildungsinitiative, die darüber hinausgeht, uns mitzuteilen, wie wir effektiv Medien einsetzen können für uns, die auch da weiterführt, zu fragen, wie verändern die Medien, die neuen Kulturtechniken, die die Medien ermöglichen, wie verändern die unsere Kommunikation und was sind die Konsequenzen. Kann man etwas dagegen tun und was wäre das? Und fragen Sie mich nicht, was man dagegen tun kann. Also so allgemein könnte ich das nicht sagen. Nur im Einzelnen müsste man das anschauen. Da hätte ich dann schon Ideen. Das ist ja Ihr neues Buchprojekt. Darüber sprechen wir, wenn Ihr Buch erschienen ist. Ich bin gespannt darauf, was Sie alles empfehlen werden. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin neu auf Facebook und ich wollte die Gelegenheit nutzen, den Professor für digitale Medien hier zu haben. Was soll ich denn nun als erstes posten auf meiner Seite? Sie haben gerade einen Facebook-Account eröffnet? Ja, genau. Ah, haben Sie das Profil schon ausgefüllt? Ja, das habe ich gemacht. Das ist ganz wichtig. Dann würde ich sagen, als erste Meldung natürlich unbedingt im Sinne der Selbstwerbung, die ja üblich ist auf Facebook, schreiben Sie doch, dass Sie gerade ein erhebendes Gespräch über die Abgründe von Facebook hatten. Und vergessen Sie nicht, meinen Namen mit einzugeben und natürlich den Link dann zum Video, damit jeder darauf klicken kann. Okay, also Eigenwerbung muss sein, das habe ich schon mal gelernt. Fällt mir ein bisschen schwer, aber machen wir jetzt. So, Link mache ich später dazu. Ist gepostet. Ich bedanke mich sehr. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und für die Erwähnung meines Namens. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch. Und wir beide, Herr Simonowski, machen jetzt natürlich noch ein Selfie für die Website. Es muss natürlich sein, da brauche ich jetzt mein richtiges Smartphone, weil der Eyestone, der wird das ja nicht richten können. Vielleicht können wir das hier mal ein Bereich extraordinar. Also, wir gehen in die Missourten und wir gehen in die Missourten. Wir sind mit uns hier ein bisschen zusammen gewesen. Aber ich denke, Was ich bin dauernd hast. Vielen Dank.